Hallo, heute erkläre ich Ihnen die Kegelregeln. Die Regeln habe ich in 7 Schritte aufgeteilt. Schritt 1. Beim Kegeln handelt es sich um ein Spiel, bei dem eine spezielle Kugel über eine Bahn gerollt wird, um 9 am Ende der Bahn aufgestellte Kugeln zu treffen und umzuwerfen. Schritt 2. Das Spiel kann entweder auf speziell dafür vorgesehenen Kegelbahnen oder auch auf einer ganz normalen Straße gespielt werden. Schritt 3. Die 9 Kegel sind im gleichmäßigen Abstand zueinander und mit der Spitze zur Bahn aufgestellt. Abrollpunkt der Kugel sollte ca. 20 Meter im Abstand liegen. Wichtig ist, dass man vor dem Abrollpunkt die Kugel unter der Schnur durchrollt. Schritt 4. Jeder Mitspieler hat 2 Versuche, so viele Kegel wie möglich umzuwerfen, bevor alle Kegel wieder aufgestellt werden. Schritt 5. Je umgeworfenen Kegel werden Punkte vergeben, die nach einer beliebigen festen Folge ausgewertet werden können. Schritt 6. Und somit auch die letzte Regel. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Kegel umgeworfen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kegeln.